Nachdem wir die wichtigsten Konzepte des Klassendiagramms kennengelernt haben, wollen wir gemeinsam einen beispielhaften Sachverhalt modellieren. Es handelt sich hierbei um ein vereinfachtes Informationssystem einer Universität. Wir sehen hier auf der linken Seite die Anforderungen an unser Universitäts Informationssystem. In der weiteren Folge werden wir die einzelnen Schritte, um diese Anforderungen in ein Klassendiagramm zu übersetzen, gemeinsam durchgehen. In einem ersten Schritt wollen wir die Klassen für unser Informationssystem identifizieren. Wir sehen uns daher die Anforderungen an. Eine Universität besteht aus mehreren Fakultäten, die sich aus verschiedenen Instituten zusammensetzen. Dementsprechend haben wir Klassen für die Universität, für die Fakultäten und für die Institute als Kandidaten für unser Informationssystem. Jede Fakultät und jedes Institut hat einen Namen. Das ist eher ein Merkmal. Für jedes Institut ist eine Adresse bekannt. Könnte eine Klasse sein, die Adresse. Wir nehmen aber einmal an, es wird ein Merkmal. Jede Fakultät wird von einem Dekan bzw. einer Dekanin geleitet, der bzw. die Mitarbeiterin der Universität ist. So haben wir als Kandidaten für Klassen auch eine Klasse zur Aufnahme des Dekans bzw. der Dekanin und eine Klasse für das Personal. Die Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen ist bekannt. Mitarbeiterinnen haben eine Sozialversicherungsnummer, einen Namen und eine E-Mail-Adresse. All dies sind eher Merkmale. Es wird zwischen Forschungs- und Verwaltungspersonal unterschieden. Dementsprechend habe ich Subformen von Employee und ich modelliere Forschungspersonal und Verwaltungspersonal als eigenständige Klassen. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen sind mindestens einem Institut zugeordnet. Das Forschungsfeld jedes, jeder wissenschaftlichen Mitarbeiterin ist bekannt. Das sind eher Merkmale. Darüber hinaus können wissenschaftliche Mitarbeiterinnen für eine bestimmte Anzahl von Stunden in Projekten eingebunden werden. Das heißt, es gibt Projekte, und die sind eine weitere Klasse. Der Name, Start- und Enddatum von Projekten sind eher Merkmale dieser. Manche wissenschaftliche Mitarbeiterinnen halten Kurse. Dann werden sie Lehrende genannt. Dementsprechend brauche ich für die Kurse, für die Lehrveranstaltungen eine Klasse und ich könnte auch für die Lehrenden eine Klasse benötigen. Kurse haben eine eindeutige Nummer, einen Namen und eine wöchentliche Dauer in Stunden. Das sind alles eher wieder Merkmale. Jetzt werde ich mich noch fragen, ob ich wirklich alle identifizierten Klassen für mein Informationssystem benötige. In unserem Beispiel gibt es zwei Klassen, auf die ich eventuell verzichten könnte. Die erste Klasse wäre jene für den Dekan, beziehungsweise die Dekanin. Laut Anforderungen sind diese ja Mitarbeiterinnen unserer Universität. Und da der Dekan beziehungsweise die Dekanin keine zusätzlichen Attribute oder Beziehungen im Vergleich zu Employee haben wird, kann ich letztendlich auf eine Klasse für den Dekan, die Dekanin verzichten. Weiters gilt, dass wir ja ein Informationssystem für eine bestimmte Universität modellieren. Das heißt, die Universität selbst werden wir nicht in unserem Informationssystem verwalten, sondern die Gegebenheiten in dieser Universität. Das heißt, wir benötigen keinen Singleton für University und dementsprechend brauchen wir keine Klasse für Universität. Im nächsten Schritt wollen wir für die identifizierten Klassen die Attribute erheben und sehen uns noch einmal die Anforderungen an. Hier steht, jede Fakultät und jedes Institut hat einen Namen. Daher gibt es das Attribut Name auch in beiden Klassen. Für jedes Institut ist eine Adresse bekannt. Daher ist Adresse ein Attribut von Institut. Weiters steht in den Anforderungen, die Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen ist bekannt. Und daher wollen wir diese Gesamtzahl im Attribut Counter in der Klasse für das Personal speichern. Jedoch wird der Counter nur einmal für die Klasse des Personals erhoben und nicht für jedes einzelne Mitarbeiterinnenobjekt. Daher handelt es sich um ein sogenanntes Klassenattribut und dieses wird unterstrichen. Mitarbeiterinnen haben eine Sozialversicherungsnummer, einen Namen und eine E-Mail-Adresse. Dementsprechend sind das die drei weiteren Attribute in der Klasse für das Personal. Dann steht auch im Anforderungstext, das Forschungsfeld jedes, jeder wissenschaftlichen Mitarbeiterin ist bekannt. Dementsprechend benötigen wir ein Attribut für das Forschungsfeld bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen. Bei Projekten haben wir einen Namen, ein Start und ein Enddatum. Daher sind das die drei Attribute eines Projekts. Kurse haben eine eindeutige Nummer, ID, einen Namen und eine wöchentliche Dauer. Das sind die drei Attribute der Lehrveranstaltungen. Nun wollen wir die Beziehungen zwischen den Klassen identifizieren. Dabei können wir Generalisierungen, Assoziationen und Aggregationen finden. Starten wir zunächst einmal mit den Generalisierungen. In den Anforderungen heißt es, es wird beim Personal zwischen Forschungs- und Verwaltungspersonal unterschieden. Dementsprechend habe ich ja eine Klasse für das Personal und es gibt die Subformen wissenschaftliches Personal und Verwaltungspersonal. Und das sind beides Subklassen von Personal, die ich über diese beiden Generalisierungen einzeichne, definiere. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einer Universität ist entweder im Forschungspersonal oder im Verwaltungspersonal zu finden. Das heißt, wir haben eine vollständige Aufteilung und dementsprechend können wir die Klasse Personal als abstrakt definieren. Zusätzlich steht in den Anforderungen, manche wissenschaftliche Mitarbeiterinnen halten Kurse. Dann werden sie Lehrende genannt. Man könnte es nun so modellieren, dass ich die Klasse Lecturer habe und dies sei eine Subform, eine Subklasse des wissenschaftlichen Personals. Da nur manche Mitarbeiterinnen des wissenschaftlichen Personals Kurse halten und dann Lecturer sind, sind es nicht alle wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Lecturer sind und dementsprechend muss ich wissenschaftliche Mitarbeiterinnen direkt instanzieren können. Und daher ist diese Klasse konkret und nicht abstrakt. In den Anforderungen heißt es weiter, eine Universität besteht aus mehreren Fakultäten, die sich aus verschiedenen Instituten zusammensetzen. Aufgrund des letzten Teilsatzes können wir festhalten, eine Fakultät besteht aus ein bis mehreren Instituten. Umgekehrt, steht jetzt nicht da, ist ein Institut einer Fakultät zugeordnet. Und es besteht sogar eine starke Abhängigkeit, weil ein Institut kann ohne Fakultät gar nicht bestehen. Und wenn ich die Fakultät löschen würde, würde ich auch alle Institute mitlöschen. Dementsprechend können wir dies als Komposition modellieren. Und eine schwarze Raute wird auf der Seite der Fakultät eingezeichnet. In den Anforderungen finden wir auch das Statement, jede Fakultät wird von einem Dekan bzw. einer Dekanin geleitet, der bzw. die Mitarbeiterin der Universität ist. Wir haben vorher schon festgehalten, dass wir für Dekan, Dekanin keine eigene Klasse haben. Wir können das Ganze mit Hilfe einer Beziehung modellieren. Wir nehmen eine Beziehung, leitet Leads, zwischen Personal und Fakultät auf. Und halten fest, eine Fakultät wird von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin geleitet. Daher Multiplizität 1. Und wer immer diese Fakultät leitet, wird danach als Dekan oder Dekanin bezeichnet. Daher nimmt das Personal in der Beziehung Leads die Rolle des Dekans, der Dekanin, also die Rolle DIN ein. Umgekehrt gilt, ein Employee leitet 0 bis 1 Fakultäten. Die meisten leiten keine, aber manche leiten eine Fakultät. In den Anforderungen ist auch festgehalten, dass wissenschaftliche Mitarbeiterinnen mindestens einem Institut zugeordnet sind. Mindestens einem bedeutet, sie könnten auch mehreren Instituten zugeordnet sein. Dementsprechend haben wir eine Beziehung zwischen wissenschaftlichem Personal und Instituten. Und es gilt, jeder wissenschaftliche Mitarbeiter, jede wissenschaftliche Mitarbeiterin ist mindestens einem, aber unter Umständen auch mehreren Instituten zugeordnet. Umgekehrt besteht ein Institut aus ein bis mehreren wissenschaftlichen Mitarbeitern. Dass es eine Beziehung ist, ist klar. Dass es keine starke Aggregation oder Komposition ist, ist auch klar. Weil ja ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin auch mehreren Instituten zugeordnet sein kann und daher keine strenge Existenzabhängigkeit besteht. Eine schwache Aggregation kann man argumentieren, wenn man das Institut als Ganzes sieht, das die Mitarbeiterinnen als Teile enthält. Daher kann man hier eine schwache Aggregation notieren. Das Ganze könnte man aber auch eventuell wegdiskutieren. Des Weiteren finden wir in den Anforderungen noch das folgende Statement. Darüber hinaus können wissenschaftliche Mitarbeiterinnen für eine bestimmte Anzahl von Stunden in Projekten eingebunden werden. Es ist klar, wir brauchen eine Beziehung zwischen wissenschaftlichem Personal und Projekten. Dabei gilt, dass ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiterin in mehreren Projekten mitarbeiten kann, aber nicht in einem Projekt mitarbeiten muss. Umgekehrt gilt, dass für jedes Projekt zumindest ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin eingebunden ist. Jedoch könnten dies auch mehrere sein. Da wir die Stunden pro Mitarbeiter pro Projekt erheben wollen, ist dies ein Merkmal der Beziehung der Mitarbeit eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin in einem Projekt. Und daher ist diese Teilnahme in diesem Projekt eine Assoziationsklasse, für die die Stunden erhoben werden. Zuletzt widmen wir uns noch der folgenden Anforderung. Manche wissenschaftliche Mitarbeiterinnen halten Kurse. Dann werden sie Lehrende genannt. In unseren bisherigen Überlegungen sind wir von einer eigenständigen Klasse für die Lehrenden, Klasse Lecturer, ausgegangen. Diese ist eine Subklasse des wissenschaftlichen Personals. Wenn wir von dieser eigenständigen Klasse Lecturer ausgehen, dann modelliere ich auch die Beziehung unterrichtet zwischen den Lehrenden und den Kursen. Dabei gilt, dass eine Lehrende mindestens einen Kurs, aber unter Umständen auch mehrere Kurse unterrichtet. Umgekehrt, jeder Kurs wird von mindestens einem oder einer Lehrenden unterrichtet, kann aber auch von mehreren unterrichtet werden. Alternativ dazu könnte ich auch die Klasse Lecturer eliminieren. Das sehen wir auf der rechten Seite. Dann muss ich natürlich die Beziehung für das Unterrichten zwischen dem wissenschaftlichen Personal und den Kursen aufnehmen. Es ändert sich aber hier die Multiplizität jedenfalls. Denn das wissenschaftliche Personal muss ja keine Lehrveranstaltungen halten. Und daher gilt, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin unterrichtet unter Umständen auch keine Kurse. Das heißt, die Untergrenze ist auf Null gesetzt. Und ein wissenschaftliches Personal, das unterrichtet in einem Kurs, wird auch Lehrender genannt. Oder Lehrende. Dementsprechend nimmt das wissenschaftliche Personal in dieser Beziehung die Rolle der Lehrenden, sprich Lecturer, ein. Zum Abschluss haben wir noch die Baselteile aus den vorhergehenden Folien in ein gemeinsames Klassendiagramm zusammengeführt. Sie finden dieses Klassendiagramm auch in Ihren Unterlagen und können sich dieses noch in aller Ruhe ansehen. Soweit zum zusammenfassenden Beispiel eines Universitätsinformationssystems, bei dem wir verschiedene Aspekte von Beziehungen erläutert haben. Doch im Klassendiagramm gibt es noch weitere Aspekte. Den ersten, den wir hier uns ansehen wollen, sind die Datentypen.